Gefahrenquelle Bildstabilisator. Viele Objektive haben heutzutage schon einen Bildstabilisator. Das heißt, wenn du ein Foto machst mit relativ langer Verschlusszeit, kannst du das auch noch stillhalten und das Bild wird stabilisiert durch das Objektiv. Und jetzt kommt die große Gefahr beim Bildstabilisator. Wenn du deine Kamera auf ein Stativ gibst und machst Nachtaufnahmen, dann schalte unbedingt den Bildstabilisator aus, denn der könnte dir den Bild verwackeln. Das heißt, das Objektiv sucht Stellen, die es scharf stellen möchte und bewegt so das Objektiv und du bekommst selbst, wenn es auf einem Stativ steht, mit einer Sekunde Belichtungszeit ein unscharfes Bild. Das könnte am Bildstabilisator liegen, das heißt, einfach ausschalten. Oben.